Hallo RZ-Gang, ich bin Wanoob und heute gibt es ein weiteres Highlight-Video von Fortnite. Wir haben wieder mit der halben RZ-Gang gezockt. Wir haben eine Squad-Runde gezockt, wieder mit Samuel, wieder mit Niklas, wieder mit Danny. Grüezi gehen raus an euch. Wir haben wieder eine Runde gezockt, wir haben auch gewonnen wieder. Wird wieder im Titel stehen, also es wird eigentlich immerhin Tiefel im Titel stehen, ob wir gewonnen haben oder nicht. Der Sieg war jetzt offensichtlich nicht wieder letzte im letzten Highlight-Video, Leute. Wir haben aber von Kills her wieder vier Kills gemacht. Vier steht vielleicht, meine Damen und Herren. Aber insgesamt haben wir acht Kills. Man kann es nicht ändern, Leute. Nächste Runde wird auf jeden Fall actionreicher, killreicher und gönnt euch auf jeden Fall das Video bis zum Schluss. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, das ist ganz wichtig. Dann verpasst ihr nämlich gar nichts mehr, Leute. Und dann würde ich sagen, Film. Hallo, jemand da? Ja. Ja, wo sollen wir raus? Ja, weil die Zukunft nicht fahren. Wir sollen ganz durchschlingen, weil Niklas auf dem Gloss. Jungs. Ja. Wo seid ihr? Wo ist die Zone? Weil ich muss kurz noch die Maske... Oder ich gehe hier oben zu dem Haus, okay? Könnt ihr mir das bitte ungerootet lassen, dass ich hier Loot habe? Aber ich habe aber auch keine Ahnung, was ich jetzt ausmacht. Ja, hier oben, da wo ich hin bin. Also ich bin kurz nochmal weg, zwei Sekunden. Ja. Eins, zwei... Ich habe zu mir, zwei Sekunden, zwei Sekunden, zwei Sekunden. Na, also die Sekunden, drei Sekunden, drei Sekunden, drei Sekunden, drei Sekunden, vier Sekunden. Ja, sicher. Hier, hier's gegen eine Anerkä voll. ich habe gerade ein ganzes team geholt man ich habe immer noch eine truhe aber kein familie ist können die mich jetzt bitte mal nicht mal ein sturmgewehr ich bin hier hinten bei weitausbomben ich bin hier hinten bei weitausbomben wird ich komme ich komme ich komm ich komm ich komm ok scheiße fall ist digger ich komm einfach bei mir ist noch loot aber egal ich komm ich komm ich komm ich komm wie viele sind's hallo ich komm ich komm ich komm du musst die karten safen ja ich probier's ich komm 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 shit man bruder ey Jungs ich versuch mein bestes ok aber du wirst noch viel viel besser Niklas ich hab vorher erst mal ein Team geholt was ich hätte nur schon als Waffen ehre Mann hab sie beide ich zieh beide hoch ihr könnt euch dann hier loot nehmen boah Digga ich bin im perfekten Moment gekommen ne mhm es hat keine Sekunde später sein dürfen Digga die anderen zwei wollten bei 20 Farms wieder absprungen Digga hab ich auf Ehrenbein Basis Digga bin mit ihr helfen du brauchst mal irgendwelche gescheiten Waffen hier liegen noch Waffen wo hier seit da wo wir gestorben sind hier dort sind meine ja dort müssen meine sein ja da liegen ja auf die Waffen vom Gegner Digga ich bin einfach zu euch gesprintet Digga auf Ehrenbruder Basis ne Jungs kommt mal her wuuh Bootfahren ich komme oh Silvester krass Schöne Oh, Digga, ist ein Hafer Ey, Noah, gib mal die Schrufflinte hier, Digga Zack, zack Warum? Alles gut, Digga Beiseite Oh, Digga, Danny, mach den Scheiß Schneemann weg Danny Danny Mach den Schneemann weg Er muss sagen, wo er ein Geschenk mitgebracht Oh, danke Kann ja jetzt Weihnachten oder was los? Da ist ein Heelgan, Digga, die wär auch gar nicht schlecht Was ist da vorne? Ne, Heelgan Was ist da vorne? Egal Was hier hoch kommt Schließ jemanden ab und dann hälst du den Ich hab gerne, ich hab mal eine Schrufflinte Du hast doch eine Schrufflinte Ja, ne, ist einfach mal nicht Digga Da hinten hast du ein fetter Fall Jetzt komm ich nicht mehr hoch Bruder Der war drauf Was machst du denn schon wieder? Oh Ich seh sie, ich seh sie Lass dich pieken Lass Moven, komm Ja, danke Eieiei Jungs, bau dich doch ein Wow Wow 110er, Digga Das sind glaub die letzten zwei Scouts Voll Ja, der hat eigentlich bleibt vor Bau halt nichts Digga Ich hab keinen Bock, dass du stirbst, Alter Ich stärke mich Ja, dann war's das Digga, macht denn die hier Season 1 Space oder was, Digga Taschenburg 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 selbst gebaut Bauen wir mit mit Halter Okay Verschafft hier Highground Ja Jungs, kommt hier hoch Oh Ja warte Oder willst du da bleiben? Ja Wie du willst Ich hab nur grad geschaut Ich hab nur grad geschaut 15 Treff Dann sagen wir weiter Ich hab nur weiter, Digga Ich hab nur Komm mit der Anderen hier nicht gerufen Das hunde ist nicht gekommen Ich hätte die Waffen aus die Distanz Ich hab nur 110 an Hab den einen Das war unseahe Ja, ich seh's Ich seh's Die Moven Da unten kommt parole Finde Einer One-Shot Also einer Wire Runde gesnipet, Digga Hat jemand ein Schild? Ja, ja, ich hab für dich ich komme runter da ist gefinischt ja ich habe ihn schon geholt ich habe nur noch 3 Shotgun Munition ich brauche noch ein bisschen Munition ja ich bin da immer für irgendwelche Munition nur bleib zurück hast du nicht nur meine Munition? es sind nur 2 Stück nur noch was sagt Shotgun? hier ahja das ist ein 2 Digga ey ich brauche Sniper Danny hast du Sniper Munition ganz wichtig ja die sind alle da drin soll ich mit dem Laserschwert reingehen? Chills sind 2 Stück alles gut Digga ich bin auf Zone nicht zusammen Chills Digga die haben diesen Schneeüberwerfer lass dich verkünden ich bin ja nicht von der Zone sehr unter mir 1 2 5 3 ich schätze als wäre der schwer jawoll let's go digga So, it's...